Nun der Tanz, Regenbogenfall. Nun zeigen wir euch den Tanz, Regenbogenfarben. Er ist 32 Counts, vorall und ist von Dirk Kleiding, ist Improver-Line-Ans. So, und wir haben den ein klein bisschen mehr Hand-Motion mit reingemacht. Kommt da einfach schöner rüber und ist auch schöner zum Tanzen, finde ich jedenfalls. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. So, das heißt also, wir machen schon bei dem Out-Out, machen so ein bisschen die Hände nach außen. Out-Out-In-In. Denn im gleichen Segment, in der ersten Segment, bei dem Rock-In-Chair, also bei dem Cross-Rock, machen wir dann ein Cross-Rock. Nehmen die rechte Hand zelt recht hoch und die linke nach vorne. Aber, wir zeigen es euch einfach mal, wie wir das machen. So, wie gesagt, geht los mit einem Out-Out-In-In-B-Rock-King-Chair. Sieben, acht. Die Out-Out-In-In-B-Rock-King-Chair. So, jetzt kommt ein Viertel-Turn mit Side-Together, Chasse-Turn, Cross-Rock, Chasse mit Viertel-Turm zurück. Und bei dem Side-Turn, Chasse, oder bei dem Step-Turn, Chasse-Side, machen wir dann gleich. Sieben, acht. Side-Together, Chasse-Side, Cross-Rock, Viertel-Turn. Die nächste Sequenz ist ein Toe-Slut mit einer Viertel-Drehung, Toe-Slut mit einer Halbe-Drehung und ein Jazz-Box mit Step. Sieben, acht. Toe-Slut, Toe-Slut, die Jazz-Box mit Step. So, die letzte Sequenz ist ein leicht gesprungener Jump mit Out-Out. Ein Jump zurück mit In-In. Dabei wird jedes Mal ein Klett gemacht. Und dann noch ein Monter-Return. Bei Monter-Return können wir die Hände so leicht nach außen schweizen. Sieben, acht. Ein Jump Out-Jump In. Monter-Return. So, das Ganze machen wir jetzt mal am Stück. Sieben, acht. Die Out-Out-In. In die Rocking-Chair. Und Side-Return. Chasse-Side, Cross-Porn, Chasse-Turn. Toe, Putten, Toe, Halb. Jazz-Box mit Step. Und Out-Out. Step und In-Drehung. Monter-Return. Okay, wir machen uns gleich, wenn es so schön war, noch mit Karns. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das war's schon. Und nun viel Spaß beim Üben mit Musik. Nun zeige ich euch die Tanz. Regenbogenfarbe. Das Lied geht ja jeder von Kerstin an. Und tanze ich von der Kleine. Hast du schon ein Dickenbogen in schwarz-weiß gesinnt? Kinder, die immer nur leise sind. Das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erwarten kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Du gibst es nicht. Dreh dich ums. Den Hals führ über Teller am 10er-Spunkt. Lass nur ein Stückchen weitergehen. Wenn ich spiel die Notgitarre und wir singen. Komm, lass uns die Wälder malen. Den Regen, wo wir fahren. Man sieht sie überall in den Bogenfahnen. Komm, komm, lass die Wälder schreien. Den Regen, wo wir fahren. Man sieht sie überall in den Bogenfahnen. Er und er, zwei Eltern, wir können zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Er und sie, da schmeckt die Brötchen, wie sie nach Hause bringt. Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind. Wir sind ganz normal. Komm, lass uns die Wälder malen. Komm, komm, lass uns die Wälder schreien. Den Regen, wo wir fahren. Komm, lass uns die Wälder malen. Wenn ich spiel die Wälder malen. Sagt, ich bin malen. Komm, lass uns die Wälder malen. Komm, lass uns die Wälder ganz hohe. Ja, lass uns die Wälder malen. Untertitelung des ZDF, 2020 So schön, macht richtig Spaß zum Tanzen und wer möchte, kann auch gerne mitsingen.